Ich gehöre selbst, Jahrgang 1965 und aufgewachsen in Köln, also in der alten Bundesrepublik, zu einer Generation, die von der Stabilität geprägt worden ist, in der sich dieses Land über Jahrzehnte in und mit dem Grundgesetz befunden hat. Und ich erlebe es jetzt, dass wir uns in einer Phase des Umbruchs, vielleicht sogar des Epochenbruchs befinden, in der wir noch einmal uns darüber verständigen müssen und verhandeln müssen, auch darüber streiten müssen, wie wir die Verfassung unseres Landes haben wollen, wie wir sie erleben, wie wir sie in Zukunft haben wollen, im vereinten Europa, welche Rolle Staaten dabei spielen können, wer dazugehört, wer diese Deutschen eigentlich sind, die das Grundgesetz anspricht. Der Jurist Peter Häberle hat mal den Begriff der offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten geprägt und ich glaube, man kann auch im digitalen 21. Jahrhundert eine offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten haben, wenn man engagiert mit guten Argumenten, sachlich, kompetent, ernsthaft über unsere Verfassung spricht und streitet.